Es passiert die Digitalisierung unserer Welt. Ihre Chancen und Strategien werden diskutiert im Rahmen der Gruber Wirtschaftsgespräche am 26. September ab 19 Uhr im Mozart am Stetten. Im Gespräch Business Angel Michael Altrichter und Startup Coach Martin Gießwein. Einblicke in das Steuergeschehen gibt es von Oliver und René Gruber. Anmeldungen online unter gruber-wt.com